Ja, hallo YouTube-Champ-Champ-Champ, heute mit einem neuen Video und zwar heute gibt es wirklich was Besonderes. Einige von euch, wenn da wahrscheinlich schon mitbekommen haben, Leute, und zwar vor einigen Wochen auf Instagram habe ich geschrieben, dass wir eine krasse Investition gemacht haben. 5.000 bis 600.000 Euro waren es jetzt im Endeffekt gewesen mit Zoll, Einfuhr, alles drum und dran, was wir da ausgegeben haben, Freunde, zusammen mit Lofty und zwar, wir haben uns Pokémon-Karten geholt. Okay, jetzt haben wir diese eine Pokémon-Box, aber was hätte man sich anstelle dieser Pokémon-Box noch holen können? Man hätte sich dafür drei Montana Black Gaming-Rooms kaufen können. Oder doch lieber zwölf Bitcoins und damit Unge wegflexen können? Ja, ich weiß, Freunde, wir sind ein bisschen durchgedreht, es ist auch nicht irgendeine Pokémon-Box, sondern es ist die First Edition Shadowless-Englisch-Box, Leute. Da gibt es nur noch wenige weltweit und wir haben eine davon bekommen und die war halt so extrem teuer gewesen. Und heute ist der Tag, wo wir uns das Ganze abholen. Leute, in dieser Box kann teilweise ein Glurack drin sein, was bis zu 500.000 Dollar gehandelt wird. Also da kann man einen fetten Jackpot draufziehen. Es soll wohl schon eine Box gegeben haben, wo drei Gluracks drin gewesen sind. Das wären so fast 1,5 Millionen. Das wäre auch natürlich ein Jackpot, Leute. Und wir werden diese Box jetzt holen, werden die einzelnen Packs verkaufen, falls ihr auch Interesse habt an einem Pack, Leute. Falls ihr dabei sein wollt bei dem größten Event überhaupt, wir haben uns ein Fernsehstudio angemietet, Leute. Da wird vor Ort ein Grader da sein, Special Gäste werden da sein. Alle Leute, die ein Pack gekauft haben, werden vor Ort sein und werden die Packs selber öffnen, Leute. Das Ganze wird am 16. Mai stattfinden. Zusätzlich werden wir auch alle Einnahmen, die gespendet werden an diesen Tag, an eine gemeinnützige Organisation, Spendleute, die Organisation etc. Das wird noch alles bekannt gegeben. Also da werden noch einige Videos in Zukunft folgen. Freunde, ich bin gespannt. Wir holen jetzt die Box ab, gucken, ob die echt ist überhaupt. 450.000 Euro werden wir jetzt bezahlen. Die ist das Ananas. Gönnt euch das, Leute. Ich werde jetzt losfahren zu Laufzi und dann geht's ab, Alter. Seid gespannt. Ab geht's. Jo, Leute, was geht ab? Wir sind jetzt angekommen über crazy. Wir machen das hier heute beim Autohaus. Und gleich kommen die Verkäufer. Und Laufzi ist auch schon da. Wir gehen jetzt raus, treffen uns jetzt mit Laufzi. Da bin ich mal gespannt, Leute. Wenn wir mal ins Autohaus reingehen, das ist ja übelst so ein heftiges Autohaus. Ich zeige euch das mal. Guckt euch das mal an. Okay, jetzt sieht man sich so heftig, aber glaubt mir, wenn wir gleich reingehen, ganz anders. Oha, guck mal, wer der ist. Ey, wir kaufen mal Pokémon-Karten, ne? Crazy. Hast du genug Geld mit? Alles dabei. Hast du alles dabei, ja? Kopfball ist voll. Oha, sehr gut, Leute. Laufzi ist natürlich auch mit am Start. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Vor allem, man weiß noch nicht, was für Typen da so ankommen mit den Pokémon-Karten. Wir haben uns einfach hier verabredet. Ich denke, das ist ein guter Treffpunkt. Und dann gucken, ob die Pokémon-Karten nicht das uns abziehen, Leute. Überlegt mal. Wir kommen jetzt, machen Geldübergabe und sehen gefakte Pokémon-Karten. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut. Oh, shit. Ja, Laufzi, welches Auto suchst du dir aus jetzt? Ich habe meine schon rausgelegt. Ich habe gehört, wir kriegen Pokémon-Karten und dürfen uns denn hier noch zusätzliche Auto aussuchen? Sehr, sehr schöne Autos hier. Guckt euch das an. Ja, scheiße. Ich glaube, Leute, ich hätte mal lieber so ein Auto kaufen sollen. Anstatt Pokémon-Karten. Komplett Katastrophe. Ey, überlegt mal, wie viele Autos wir davon holen hätten können. Scheiße. Ey, lass abblasen. Lieber nicht Pokémon-Box kaufen. Meinst du? Ja, abblasen und dann lieber ein Auto mitnehmen. Scheiße, was machen wir, wenn die Box falsch ist? Ja, kommt welche. Guck mal. Ach, da sind die. Da sind die? Ich glaube. Ja, das ist von uns, Ena. Kann er erfüllen? Immer die Scheiße weggeholen. Oh. Sind das Pokémon-Karten? Ja, scheiße mal auf die Karten. Habt ihr Geld dabei? Ja, klar. Wollt ihr erstmal damit spielen oder was? Wir müssen erstmal gucken, ob die echt sind. Vielleicht kommt noch ein Experte, der guckt immer rüber und dann... Denkt ihr, dass ihr jetzt zwei Tage hier chillen mit euch, dass ihr 100 Leute herholt? Sind die da zu oder was? Also, denkt ihr, ich fahr den Weg umsonst, damit ihr euch irgendwelche Gefetscht-Karten zeigen? Wie viel waren das? 54.000? 54.000, ja. Jetzt können wir Freunde sein. Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt die Box, wir machen die jetzt auf. Geil, Lufti. Komm, lass gucken, komm, wir gucken uns die an. Geil, ja, ja. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal genau die Box an, oder Lufti? Auf jeden Fall. Guck dir das an, wir dürfen was zu trinken. Oh mein Gott, Digga, wir haben die Boxen an. 450.000. Alter. Alter, Lufti, mach auf, mach auf, mach auf. Ist die noch drin? Nein. Bro, die Karten waren die dazu oder was? Die hab ich extra gekauft. Oh mein Gott. Bro, du hast da grad 450.000. Bro, wir haben dafür 600.000 Euro hingelegt. Mit Zoll und alles drum und dran. Ey Leute, wir haben jetzt die Box, ich kann's nicht richtig glauben, das ist zu unreal irgendwie. Wir haben dafür einfach 600.000 Euro insgesamt ausgegeben. Ich check's nicht, Leute, es ist real, es ist real. Okay, so, jetzt kommt euch noch ein Experte, der wird das alles prüfen, dass sie auch echt ist und dass ihr auch auf Nummer sicher gehen könnt. Lauft ihr, was machen wir jetzt mit den Boostern? Ab heute 25.000 Euro, jedes Boosterpack, 11 Karten, First Edition, Shedless. Wie viel sind noch übrig? Wie viel sind schon weg? 14 sind schon weg. Oh no! Ganz vorsichtig jetzt, raff dich, raff dich. 14 sind schon weg, Leute. Die restlichen verkaufen wir. Meldet euch bei mir und dann Abfahrt. Leute, das ist jetzt hier einfach die Box, guckt euch das Ding an hier. Sieht ganz normal aus, aber 600.000 Euro haben wir insgesamt dafür bezahlt. First Edition, Shedless, ganz geil, das ist krank. Ey Laufi! Was ist denn? Hier, fang! Ne, box nicht. Doch? Nein. Doch? Fang jetzt, ich trau mich nicht, oder was? Das war natürlich alles ein kleiner Spaß. Die Box ist an einem sicheren Ort. Das Geld wurde schon überwiesen. Am 16. wird es live aufgemacht, die Boxfreunde, mit Pokémon-Experten. Das wird ein sehr, sehr gewusstes werden. Lauft die, wir alle dabei. Es wird geisteskrankt. Vielen Dank. So Leute, wir sind durch. War ein geiler Tag gewesen. War ein schöner Spaß gewesen. Hier, Chris, danke fürs Schönen auch. Haki, danke. Checkt seine Klamotten ab, Leute. Geil, Mann. Für den sehr nice Schauspieler-Künste. Und natürlich unser Mann Lofti. War ein cooler Tag, oder? War geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, das war es gewesen. Schönen Mitteln. lot? Wonka. Bis zum nächsten Mal.